Genau, mit dem Handy kann man das ja ganz toll fernsteuern und mal gucken, wie dann nachher die Aufnahmen werden. Also hier aktuelle Fanpost. Sehr geehrter Herr Müller, Ihre lyrischen Ergüsse trugen zu unserer Erheiterung auf unserer Dänemark-Reise bei. Wir zelebrierten die Silvesternacht zu unserem Lieblingslied Amore Amore am Lago Maggiore. Außerdem konnten wir mit dem Song Undercover unsere langjährige Freundschaft ausgiebig feiern. Daher bedanken wir uns von Herzen bei Ihnen für Ihre Kunst und Ihr Lebenswerk. Bitte bereichern Sie uns weiterhin mit solch formidablen Schlager-Hits wie auch Ihr neuestes Werk. Wir sind durch Deutschland gefahren. Bitte grüßen Sie uns in einem YouTube-Video. Ihre Schlager-Fans Helene, Finja, Eike und Alexander. Das habe ich halt vor ein paar Tagen hochgeladen. Wir sind durch Deutschland gefahren. Und jetzt stößt es schon auf so positive Resonanz. Das ist doch sehr erfreulich. Jetzt habe ich mal nachgegoogelt, was denn formidabel heißt. Hat es als norwegisch erkannt. Gewaltig. Heißt das auf Deutsch. Bereichern Sie uns bitte weiterhin mit solch gewaltigen Schlager-Hits. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und jetzt machen wir hier mal mit der Fernbedienung Stopp. Ich habe es schon mal mit der Fernbedienung Stopp. Wie ist das so schön? Wie ist es? Wie ist das? Vielen Dank.